Hi zusammen, Lumina hat ihre nächste Beta veröffentlicht und ich möchte euch heute ganz gerne einen kleinen Einblick geben. Es ist wirklich nur ein ganz ganz kleiner Einblick, denn so viel bekommen wir noch nicht zu sehen, obwohl das Programm ja kurz vor der Auslieferung steht. So hat es zumindest Skylum irgendwann mal angekündigt. Allerdings muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich mir die Beta so anschaue, glaube ich nicht, dass die ihre Termine ganz einhalten können. Aber nichtsdestotrotz, darum soll es jetzt hier gar nicht gehen, wir wollen so einen ganz ganz kleinen Blick mal auf die Neuerungen werfen, die sie uns zur Verfügung gestellt haben, damit ihr auch wisst, was euch erwartet. Also, auf geht's! Okay, 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 bevor es losgeht noch ganz kurz Hashtag Werbung. Wer es noch nicht getan hat, gerne mal ein Abo dalassen, kostet euch nichts, hilft aber mir unwahrscheinlich, hier weiter zu wachsen und mit euch gemeinsam coole neue Projekte umzusetzen. Und ich habe euch unten einmal, Hashtag Werbung, einen Affiliate-Link zu Lumina Neo reingepackt. Achtung, heute läuft noch eine Aktion. Da bekommt ihr Lumina Neo im Doppelpack mit Aurora HDR für gerade mal 49 Euro. Das Angebot finde ich sehr interessant, gerade für alle die, die vielleicht auch noch HDR-Aufnahmen entwickeln wollen, lohnt es sich also auf jeden Fall, unten mal reinzuschauen. Für alle anderen habe ich auch noch einen Gutscheincode unten verlinkt, dann spart ihr auch noch ein paar Euro, wenn ihr diesen beim Kauf nutzt. Gut, genug der Werbung. Wir wollen wissen, was in Lumina abgeht und das schauen wir uns jetzt an. So, willkommen auf meinem Desktop. Als allererstes schauen wir uns doch mal den neuen Katalog an. Naja, so neu ist er nicht, denn das Einzige, was sich hier getan hat, ist, dass wir die Tools jetzt nicht mehr hier auf der rechten Seite haben, sondern es ist auf die linke Seite gewandert. Ansonsten hat sich nicht so viel getan. Wir haben hier immer noch auf der linken Seite jetzt unsere Jahreszahlen, nachdem unsere Bilder geordnet sind. Wir haben hier oben alle Bilder und dann unten natürlich auch unsere Ordnerstrukturen. Dann können wir natürlich jederzeit Alben hinzufügen, Fotos hinzufügen oder auch nach Bildern suchen. Also alles nichts Neues. Ich habe ein bisschen gehofft, dass wir in Neo wieder die Funktion zum Vergeben von Sternen reinpacken. Leider ist es bisher noch nicht der Fall. Aber wir können hier natürlich Favoriten vergeben und damit dann auch übergreifend in anderen Ordnern uns eine Favoritensammlung anlegen, wenn wir zum Beispiel Bilder aus verschiedenen Urlauben oder verschiedenen Ereignissen entwickeln wollen. Gut, darum soll es jetzt hier aber gar nicht gehen, sondern ihr seid bestimmt schon gespannt, was uns das Entwicklentulen bereithält. Okay, ich würde sagen, wir öffnen uns mal ein Bild. Ich gehe mal hier hoch, schnappe mir zum Beispiel das Bild und sage Bearbeiten. Und ich wechsle mal wieder nach oben. Okay, das Erste, was wir sehen, ist, dass wir nichts sehen, denn es hat sich noch nicht wirklich viel getan. Ich habe eben schon gesagt, es ist nur eine ganz, ganz kleine Beta-Version, denn sie sind mit Hochdruck am Arbeiten an der finalen Version. Ich glaube nicht, dass das termingerecht was wird, wenn ich mir die Fortschritte bis hierhin anschaue. Entweder sie haben sich für den Schluss wirklich so ein großes Bonbon jetzt aufgehoben, dass sie sagen, hey, jetzt hauen wir alles raus. Aber das, was ich hier jetzt im Moment sehe, ist im Endeffekt AI mit einer neuen Engine. Und das schauen wir uns jetzt mal ganz kurz an. Denn auf den zweiten Blick, wenn wir genauer hinschauen, fällt uns auf, dass wir hier oben neben unseren Werkzeugen jetzt einen Verlauf haben. Verläufe sind keine Verläufe, die von oben nach unten durchs Bild durchgehen, sondern unsere Bearbeitungen werden in sogenannten Verläufen gespeichert. Das heißt also, immer wenn wir auf unserem Bild gearbeitet haben, wird das Ganze als neue Ebene auf unser Bild gelegt. Wir machen das Ganze mal, weil dann wird das Ganze viel, viel deutlicher. Wir nehmen also jetzt mal hier unser neues Entwickeln-Tool. Das ist übrigens auch neu geworden. Sie haben das Ganze nämlich ein bisschen neu strukturiert. Und das finde ich sehr, sehr gut, denn das Entwickeln-Tool ist jetzt im Endeffekt genauso wie jeder andere RAW-Converter. Hier haben wir die wichtigsten Einstellungsmöglichkeiten für unser Bild. Belichtung haben wir hier gespeichert. Dann unsere Farben, die Schärfe, Rauschunterdrückung und so weiter. Also alles das, was mein RAW-Bild im Endeffekt ausmacht, bevor ich mit der Kreativ-Entwicklung anfange. Finde ich jetzt in diesem einen Tool. Also wie gesagt, sehr, sehr gut. Andere Software machen das schon länger so, aber warum auch nicht was nehmen, was gut ist und in die eigene Software rüberpacken. Dagegen spricht ja nichts. Gut, also ich mache jetzt mal hier folgendes. Ich ziehe jetzt mal die Belichtung ein bisschen runter, die intelligenten Kontraste hoch, die Schatten machen wir noch ein bisschen hoch, die Lichter gehen ein bisschen runter und so weiter. Soll jetzt hier kein Entwicklungsvideo werden. Und danach gehe ich hier einmal drauf und jetzt möchte ich vielleicht hinterher noch was ändern. Ich möchte die Belichtung wieder ändern. Gehe ich hier einmal drauf und, oi, wo sind unsere ganzen Bearbeitungen hin? Genau. Die hat er jetzt gespeichert, hier drüben im Verlauf. Unter Entwicklung hat er jetzt die ganzen Einstellungen einmal reingepackt, die wir eben in dem RAW-Converter im Endeffekt durchgeführt haben. Das bedeutet, ich gehe hier mal auf Werkzeuge, mal angenommen, wir machen hier weiter und sagen Sonnenstrahlen. Wir wollen auch Sonnenstrahlen in unserem Bild haben. Nehmen das Ganze hier einmal rein, setzen das hier hoch, müssen natürlich noch die Menge angeben. So, haben wir jetzt hier gesessen. So, es sieht doch schick aus. Und ich klicke jetzt hier wieder drauf und möchte jetzt hier nochmal was vornehmen. Genau das gleiche Spielchen. Es wird hier wieder rausgenommen und wir finden das Ganze im Verlauf. Wir haben jetzt hier im Endeffekt zwei Ebenen. Einmal unsere Entwicklung und einmal unsere Sonnenstrahlen. Und hier seht ihr auch schon das neue Funktionsprinzip dahinter, denn das Ganze wird jetzt hier vorne nicht mehr in unserer Maske gemacht, sondern diese Tools werden einzeln behandelt, dann in die Verläufe rübergeschoben und dadurch, genau, bekommen wir einen Performance-Zuwachs. Ich muss ganz ehrlich sagen, vorher lief es bei mir auch nicht wirklich schlecht. Ich habe jetzt das Gefühl gehabt, es läuft schon sehr, sehr flüssig durch. Und ich hoffe mal, dass sie durch diese Änderung jetzt einfach auch auf etwas geringeren Rechnern mehr Performance rausholen können. Also da bin ich dann extrem auf euer Feedback gespannt, was ihr sagt, ob Neo uns diesen Performance-Schub bringt, den sie versprochen haben oder nicht. Ich für meinen Teil muss sagen, ich merke es zwar, aber es ist jetzt nicht so, dass es mich vom Sockel reißt. Aber ich muss auch fairerweise sagen, Luminar AI lief bei mir nie wirklich schlecht. Das war anders zu Luminar 4-Zeiten. Das hat wirklich, also umso mehr Ebenen ihr draufgepackt habt, umso langsamer wurde wirklich euer Rechner. Das Ganze wurde sehr, sehr RAM-intensiv und da ist er relativ schnell in die Knie gegangen. Ich habe das jetzt hier mal ausprobiert, habe verschiedene Ebenen übereinander getan und muss sagen, bisher funktioniert das Ganze sehr, sehr gut. Allerdings kommt jetzt hier der nächste Nachteil, denn ich kann euch schon gar nicht viel mehr zeigen. Ich habe euch im letzten Video schon gezeigt, die neuen Funktionen, die dazugekommen sind, wie zum Beispiel hier das Neubelichten oder auch das Staubentfernen. Das ist hier natürlich jetzt auch wieder genauso mit drin, aber im Endeffekt war es das schon. Das heißt, was wir jetzt hier haben, ist ein neu geordnetes Entwicklungstool und unsere Verläufe, die uns anzeigen, mit welchen Ebenen wir gerade gearbeitet haben. Was ich ein bisschen nachteilig finde und ich bin gespannt, wie die finale Version sein wird. Wenn ich jetzt wieder in den Entwicklern-Toolen reingehe und doch nochmal eine kleine Änderung vornehme, wie zum Beispiel die Kontraste oder die Lichter noch ein bisschen anzupassen, ich schließe mir das Ganze wieder, wird mir das Ganze jetzt ja wieder hier als neue Ebene obendrauf gelegt. Das heißt, wenn ich jetzt nicht aufpasse und in die Verläufe rübergehe und schaue, ob ich da schon mal in dem Bereich eine Änderung vorgenommen habe, bekomme ich sehr, sehr viele Ebenen übereinander und dann gäbe es für mich zwei Möglichkeiten. Entweder Sie sagen, okay, ich kann das Ganze jetzt hier umbenennen und ich kann mit den Ebenen selbst arbeiten, wie ich es möchte, dann kann ich auch mir das Ganze ein bisschen strukturierter darstellen oder Option zwei, es wird sehr, sehr unübersichtlich. Denn ihr könnt euch schon vorstellen, wenn ihr das jetzt vier, fünf Mal gemacht habt mit der Entwicklung, werdet ihr irgendwann anfangen zu suchen, warte mal, ich habe doch irgendwo mal die intelligenten Kontraste ein bisschen hochgesetzt. Die waren mir aber zu hoch und ich will jetzt nicht eine neue Ebene drüber legen, weil das geht ja auf meine Pixel vom Bild. Ich möchte die gerne ändern und dann fangt ihr hier natürlich an zu suchen, wenn ihr in die Verläufe reingeht, wo ihr das gerade geändert habt. Also ich hoffe, sie kommen da drauf und werden hier uns die Möglichkeit geben, das Ganze umzubenennen. Ansonsten müsst ihr tierisch aufpassen, wenn ihr am Entwickeln seid, dass ihr, wenn ihr mit dem Tool schon mal gearbeitet habt, vielleicht macht man hier auch einen grünen Punkt hin, wenn man da schon drin gearbeitet hat oder eine 1, 2, 3, wie oft man da drin schon gearbeitet hat, so als kleine Idee vielleicht, dann wäre es halt einfach cool, da müsst ihr aufpassen, ich klicke nicht drauf, sondern gehe hier drüben in meine Verläufe und ändere mir das dann hier in dem Bereich, wo ich das getan habe. Damit das dann, wie gesagt, nicht zu unstrukturiert und zu aufgebauscht wird, das Ganze. Ich hätte gehofft, dass wir uns hier gemeinsam auch noch die Ebenen angucken können. Wie kann ich neue Dinge reinbringen in Bilder, weil das Ganze soll ja schon ein bisschen angelehnter sein an Photoshop, weil im Moment haben wir nur ein verbessertes AI, ja, so könnte man es im Endeffekt nennen, was auf einer neuen Engine läuft. Das heißt, ich habe nicht mehr alle einzelnen Bearbeitungsschritte untereinander und das Programm muss auf alle gleichzeitig zugreifen, sondern ich nehme jetzt einzelne Stücke, packe sie auf eine Ebene und verlagere das Ganze. Und damit mache ich das Programm im Endeffekt nur schneller. Gut, also viel mehr gibt es leider nicht zu sehen. Wir haben momentan nur die Verläufe dazu bekommen und ein neues Entwicklungstool. Ich hoffe, die Entwickler geben jetzt richtig Gas, dass alle, die die vorbestellt haben, auch bald ihre Software bekommen. Wenn ihr noch bestellen wollt, schaut jetzt gerne mal unten in die Videobeschreibung rein und schreibt mir doch mal, auf welche Funktion ihr euch besonders freut, mit denen bisher schon geworben wurde. Also, was mich angeht, ich freue mich wahnsinnig drauf, mal anzuschauen, wie das Ganze funktioniert, dann mit verschiedenen Ebenen und vielleicht auch mal mit Texten zu arbeiten. Ich hoffe, dass die so ein Text-Tool mit reinpacken, um dann auch dementsprechend kleinere Composings durchzuführen oder auch mal Grußkarten zu erstellen und so weiter. Gut, kurzes Video, nicht viele Änderungen. Nichtsdestotrotz halte ich euch natürlich hier auf dem Laufenden. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn euch das Video gefallen hat. Kurzen Daumen nach oben und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video schon wieder. Bis dahin, ciao. Bis dahin, ciao.